Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Stronghold Crusader HD Kreuzzug. Ja, den Screen zu sehen war nicht toll, aber anders lässt sich dieses Spiel leider nicht aufnehmen. So, ich hoffe die Aufnahme funktioniert jetzt, ansonsten habe ich Pech gehabt. Wir spielen den Aufbruch und jetzt wird es schon ein bisschen knackeliger gegen den Kalifen mit 2000-2000 auf einer weitaus ähnlich blöden Map. Schauen wir mal. So, wir starten bei 40 und ich hoffe ich habe jetzt nicht die Böden Sperrträger umschützen. Schwertkampf, okay, perfekt. Gut, dann wollen wir doch mal loslegen. So, ich möchte eine größere Burg bauen. Das heißt, ich baue entsprechend weit. So, Stein habe ich nicht, aber Eisen. Und Eisen wird wichtig. Das heißt, wir bauen da hinten Hütten. Das erste, was ich auch brauchen werde, sind Farnen. Brot ist gut. Ich werde eine große Wirtschaft bauen. Habe ich zumindest vor. So. Ich sollte wenigstens früh mit Waffen auch produzieren anfangen. Eure Befehle? Weil gegen den Kalifen braucht man Waffen. So. Ich könnte das alles besser machen, aber aktuell mache ich es einfach schlecht. So, zwei. Drei. Okay. Wenn mein guter Jester da mal weggehen würde, wäre das jetzt so zehn Stück hier. Und wir fangen natürlich auch mit Eisen an. Eisen, 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 Eisen. So. Mäuerchen wird es geben. Also in der, auf der Karte kann man sich halt wirklich einen riesen Burg aufbauen. Ich baue das jetzt einfach mal dahin, damit es irgendwo steht. Mal gucken, wo es später hinkommt. So. Vier, fünf, sechs. Okay. Bin zur Stelle. Ja. Hast du nur fünf am Anfang? Das ist ja wenig. Die benötigen Gold. Mal wieder keine Holzfäller gebaut, ne? Oh, Mann. Ernsthaft? Das ist so dumm von mir. Bin zur Stelle. Es wird ein Waffen bemüht, nicht seien. Der Start ist halt bitter. Mein Bogen ist euer. Bis die Leute halt mal, ähm, anfangen, ne? So, und ihr seht schon, die Burg schaut auch ganz anders aus. Als was man kennt. Aber gefällt mir. Ich mag das. So. Ich wollte gucken. Wie viele ich hier hinkriege. Wir benötigen Gold. Aber hey, so ist es halt. Der Kornspeicher ist leer. So, ich mach jetzt was dummes. Ich mach jetzt steuern. Und, äh, Quatschkrams. Aber hey. Ihr habt nicht genügend Güter. So ist es halt. Bin zur Stelle. Mein Herr? Wir benötigen Steine. Solange ich da noch Bauern stehen habe, ist es egal. So, ich brauche natürlich wieder Eisen. Wir benötigen Holz. Ich habe das Gefühl, ich baue viel zu groß. Das wird ein Riesenproblem. Wir benötigen Gold. Ihr habt nicht genügend Güter. So. Fließt eure Befehle? Kammer, Seyer. Wir benötigen Gold. Bin zur Stelle. Rücken aus. Wir benötigen Gold. Ah ja, okay. Ich dachte, da kommen schon die bösen Einheiten. Gold. Nee. Jetzt da. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Sind auf dem Weg. Naja, gut. Die Schwertkämpfer wollte ich jetzt nicht mehr. Einer für alle. Passt schon. So, ich bin gespannt, ob meine Wirtschaft passt. Sie ist auswürfig. Ich habe viel Platz. Das ist auch wichtig. Und den werde ich auch irgendwann benutzen. Aber jetzt halt machen. Obwohl. Vielleicht doch. Ich kann euch gar nicht sagen, wie geil es ist, mit der blauen Farbe spielen zu dürfen. So, ich darf ihn natürlich Harrison. Ich darf ihn nicht angreifen und rushen töten. Ich dürfte aber ihn Harrison. Das wäre ein Ort. Sprich, dass ich irgendwo Bogenschützen hinstelle, um die er sich zu kümmern habe. Also ich versuch das jetzt. Da kommen sie auch schon, die ersten Fackelläufer, die Sklaven. Heißen die immer noch Sklaven? Kann ich nicht gucken. Schade. Doch warte, vielleicht kann ich das gucken. Wo ist das Fragezeichen? Waffenkammer, Vorrat, Waffenkammer, Unterkünfte, Truppen. Sklave, ja. Heißen die immer noch Sklaven. Okay, das ist mir ein bisschen zu nah am Turm. Dieser Turm hat unglaublich viel Reichweite. Kommt schon, kommt schon, kommt schon, abschließen, abschließen, abschließen. Habt ihr, oder? Müsste. Ja, der Holzfäller haut auch noch mit drauf. Kommt schon. So, damit habe ich jetzt seine Wirtschaft gut im Griff. Es tut ihm weh. Wir stehen zu dienst. Okay, ich hätte gerne weitere Bäckereien. Ich lasse das mit den Mühlen mal. Vielleicht kommen aber später noch welche dazu. Wir benötigen Meerholz. Meerholz, ja. Das Landholz ist ja weg, deswegen brauchen wir jetzt das Meerholz. Wer kennt es nicht? Also Meerholz ist... Ikea, drittes Regal, links gibt es Meerholz. Baumarkt gesagt. Der Meerholz schrank ist bei Ikea. Drittes Regal. Ja, okay. So, ich habe jetzt vier Eisenminen, das ist genug. Das ist wirklich viel. Ja, schuss. Geh mal auf. Geh mal auf. Zehn. Zehn ist eine schöne Zahl. Zehn Eisenminen. Boom. So. Vier, acht, sechzehn. Okay, zwei. Könnte ich noch. Zwei Bäckereien. So. Ja. Doppelder Nahrung. Zack, zack, zack. Okay. Dann. Bin zur Stelle. Äh. Ich mag es nicht, dass die Mühlen da so überstehen. Das ist ein bisschen doof. Was diese Burg natürlich ist, sollte eben klar sein, der gegen Kalifen gekämpft hat. Sie ist ultra anfällig gegen Feuer, weil ich so eng baue. Ich habe keine Brunnen und gar nichts. Aber anders als die KI kann ich meinen Kram abreißen, wenn er brennt. Was ein Riesenvorteil ist. So. Dann. Möchte ich anfangen mit Schwertern. Und Rüstungen. Sie haben nicht genügend Holz, mein Lord. So. Und eine Rüstung. Und dann noch ein Schwert. Perfekt. So. Schwert, Rüstung. Das ist Hammer. Ähm. Ich habe noch keine Armbrüste, aber ich sehe hier auch nicht, dass ich irgendwo jemals Armbrüste werde bauen können. Deswegen. Whatever. Ah ja. Mir fehlen Rekruten. Ich bin maxed out. Okay. Da geht nichts mehr. Ja. Warum, dass ich richtig rund werde. Welcher Pfeilmacher ist denn das? Die Arbeitgeber. Ha. Ich habe richtig. Aber gestimmt. Pro. Pro. Das müsste man schon halt. Ähm. Ich glaube mit dem Rest baue ich einfach hier noch. Das ist wahre Macht. Hütten hin. So Stein gibt es halt auf meiner Seite nicht. Oh, der hat unten Pech. Ja, aber das kriegt dann nicht. Das kann man nicht ihm ab. Bogenschützen bereit. Bin zur Stelle. So. Mein Bogen ist euer. Ähm. Gehen wir mal da hoch. Was es leider nicht gibt sind Wegpunkte. Ich wünschte es gäbe sie, aber. Sind auf dem Weg. Aber ich gehe da hinten noch mit Bogenschützen hin, um Schachmatz zu setzen. Und dann können wir auch ein bisschen schneller machen jetzt. Bin zur Stelle. So, ich hätte gerne noch einen Bogenschützen kommen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Bin zur Stelle. Mein Herr. Hallo. Eure Befehle? Bin zur Stelle. So. Ein weiter Weg. Und ihren jetzt da hinten hin. Dann kann ich viel Schaden anrichten. Dann ist eigentlich Schachmatz und das war's. Trotzdem muss ich ja mein Bürgchen noch fertig bauen. Das machen wir jetzt auch. Stein, Stein, Stein. Das ist teuer. Also eine Burg sich zu kaufen, quasi, ist sehr teuer. Vielleicht will ich da lieber zwei Plätze haben. Eins, zwei. Ja. Ich muss mich ja jetzt hier nicht verkünsteln, sage ich mal. Aber es kann ja nicht schaden, wenigstens ein bisschen eine schöne Burg zu haben. Okay. Ein Haus. Ja. Also. Gatehouse, also. Torhaus. Ich brauche mal so hin. So. Okay. Und ich verkünstel mich, weil, klar. Weil halt die ersten Missionen auch echt schlecht sind. Also. Anfängerfreundlich, sage ich mal. Schlecht sind sie nicht. Kann mich noch recht gut erinnern. Damals. No. Das ist doch schon mal was. Schaut doch schon gar nicht so schlecht aus. Ich brauche mal hier noch ein paar Türmchen dazu. Zack. Zack. Oh. Zack. Da noch ein Türmchen hin. Oder hier so mittelig. Das sieht doch schön aus. Wir benötigen Steine. Meine Idee war hier einen einzufassen. Aber das schaut irgendwie komisch aus. Brauche eh erstmal wieder Stein. Holz habe ich gerade ein bisschen viel. Ah ja. Guckt mal. Nahrung ist ein bisschen eng. Aha. Okay. Nachdem die Nahrung jetzt so eng ist, könnte ich ja noch mal. So. Ihr habt nicht genügend Gold. Der Kalif kann halt gerade gar nichts machen. Der ist halt da wirklich, wirklich, wirklich gebumst. Nahrung ist ein bisschen gebumst. Nahrung ist ein bisschen gebumst. Und ich meine halt schon, dass ich bei meinem Run jetzt eine Burg bauen möchte. Also die soll schon auch noch was aussehen. Und wieso ist hier dieser Wall so schlecht platziert worden? Es muss jetzt keine super mega Wu-Burg sein. Manchmal wird es auch reichen. Einfach ein Quadrat mit vier Türmen und ein Torhaus. Soll mir auch recht sein. Bei manchen Missionen wird es nicht anders gehen. Ja, aber wenn ich hier schon mal die Chance habe, mir eine Burg aufzubauen, dann will ich das auch tun. Oh, guckt's mal. Der hat hier Einheiten rausgekriegt. Okay. Na gut. Wieder oben hat er noch nicht gecleared. Wieder auch noch nicht. Okay. Wie gesagt. Okay. Okay. Warliste. Mangel. Das kann jetzt mal weg. Das kommt jetzt dann hier hin. Ihr könnt das nicht doch... Oh, jetzt rennt er da mitten im Weg. Das ist wahr. Ne? Kein Stein. Stein. Okay. Euer Gnaden. Euer Gnaden. Der Lagerungsgelände zur Stelle. Wir haben nicht genügend Gold, mein Lord. Okay, okay, okay. Passt für mich. So, ich brauche aber noch ein bisschen was. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. So, die Mangel ist bereit. Die Mangel und die Balliste. Aber zwei. Hiervon brauche ich auch. Gut. Die Goldvorräte sind zu knapp, Sire. Dann. Unsere Schatzkammer lehrt sich. Denn wir fahren mit der Steuer ein bisschen herunter. Ich meine, ich habe ja hier Gold. Ups, Stein zu verkaufen war dämlich. Super dämlich. Hallo? Das schaut ja komisch aus. Ah, ne. Okay. So. Da hinten war ein Turm. Den sollte ich wieder hindauen. Weil dieser Turm zusammen mit dem anderen, da links, schützt mein Eisen. Sollte der Kalif jemals angreifen, wird er nicht machen. Der kommt nicht dazu. Aber ich kann euch sagen, in der nächsten Map werden sie dazukommen, die KIs. Ich bin zur Stelle. Auf jeden Fall. Bin zur Stelle. Ja. Und das wird dann schon sehr spannend. Ich bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. So. Also die Burg von ihm schaut cool aus. Die ist jetzt... Ist das dazu? Ah ja. Mit so einem kleinen Ring drumherum. Sehr klein. Wie viel Bier hat er? Zwei Bier, zwei Schenken. Reicht. Pech, jo. Coole Burg. So. Ich könnte mich jetzt natürlich noch mehr verkünsteln mit, ähm... Das wird sich auch alles einspielen. Mit der Zeit. Wie weit... Wie weit ich da gehe. Ob ich Fahnen platziere. Und, und, und. Das wird sich alles noch zeigen. Ich bin zur Stelle. Nein. Wir sind bereit. Aber halt erst irgendwann. Bei Kaiik-Bogen finde ich das immer toll, wenn sowas ist. Aber bei mir selber schwierig. Ich mein, wie soll ich's stellen, ne? Na, 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 na. Und, jetzt wird es Gold. Ihr könnt das nicht, unser Schatz kann man lehrt sich. Das Volk holen sich. Unreschatz kann man lehrt sich. Das hier so leer ist, klingt wie nicht. Bin zur Stelle. Hai. Okay. Habe ich so wenig Leute, nur elf Stück? Ist nicht viel zum Ausbilden. Okay. So, so passt's. Ihr habt nicht genug Gold, um diese Einheit auszubilden. Sollen wir mal einen kleinen Angriff starten? Starten wir mal einen kleinen Angriff. Gehen wir hier runter. Zack, zack, zack. So, so machen wir das. Okay. So, und jetzt bauen wir hier noch ein bisschen Krams an. Na, so, so. Dann kriegt die Burg nämlich so ein bisschen den Flair einer historisch gewachsenen Festung. Und das ist doch ganz niedlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist nicht so toll. Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. So, draußen, Pech gehabt. Okay, jetzt gehen wir auf 40 runter. Katapult wird bewegt. Schild bereit, eure Lordschaft. Ja, in Bewegung. Bogenschützen bereit. Katapult bereit, mein Lord. Das Katapult angreifen. Die schicken wir mal los. Halt. Eure Lordschaft. Von der Pike auf gelernt. Schild bereit, eure Lordschaft. Das ist wahre Macht. Eure Befehle? Ihr stellt euch jetzt hinter den Schild. Hint zur Stelle. Ja. Das schaut doch schön aus. Zu Diensten. Waren das echt bloß sechs Schwertkämpfer? Ich dachte, das wären acht gewesen. Ah, da oben sind noch welche. Da waren sogar zehn. Vorwärts, Männer. Eure Lordschaft. Die Waffenkammer ist voll. Bogen schützen bereit. Das ist natürlich doch. Hi. Wir sind bereit. Uff, habe ich viele Rüstungen. Eine Nachricht vom Kalifen. Bewegt eure Armee. Haha, meine Armee. Ja, ja. So, der hat jetzt... Oh, schaut, wie viel Pech der hat. Mein Bogen ist... Uff. Okay. Aber ob es reicht. Tja. Wir folgen euch, Herr. Die Stein. Eine Nachricht vom Kalifen. Stimmt, ich habe ja keinen Stein. Lull. So, und weiter geht's. So, greift's mal an hier. Und jetzt rein da. Schauen wir mal, ob das reicht. Wahrscheinlich nicht. Nicht vom Kalifen. Bleib meinen Ländereien fahren, Ungläubiger. Aber ich kann ja... Ich kann ja... Ich kann ja nochmal... ...noch mal ein anderes Randplatz starten. Ne? Schauen wir mal. Na, vielleicht reichen sie schon. Der hat ein bisschen was abgerissen. Der hat jetzt Angst, ja. So, stehen die Schilde da günstig? Na, geht schon. Und das war's. Feuer. Easy, so. Und ich habe eine schöne kleine Burg gebaut. Und der Turm ist nicht besetzt. Pro. Okay. Cool. Ganz viele Kronen gesammelt. Auch nett. Nun denn. Das war Mission 2. Noch immer ziemlich einfach. Mission 3 wird cooler. Versprochen. Da werden wir dann auch Angriffe wahrscheinlich abwehren müssen. Weil, ich kann ja... Na, ich spoiler nicht. Seht's ja dann. Also. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumenrauf-Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Ihr das Video. Steig. Schönen Tag. Halt. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017